so herzlich willkommen zurück zu ATS aber vorher noch mal um noch mal kurz auf dieses Lied zurück zu kommen also der Typ der das Lied also von dem das Lied ist heißt Suburban geschrieben ausgesprochen Suburban und das Lied für das ich ihn kenne ist Inferno von Bella Perch wobei ich nicht weiß ob bei Perch dieses Perch wirklich aus Perch ausgesprochen wird oder Poarch also eigentlich für Wilderer oder Wildschwein oder irgendwas mit Wild aber genau auf jeden Fall Bella Perch die hat halt ich sag das einfach mal Perch die hat halt damals Build a Bitch rausgebracht darüber habe ich sie kennengelernt wie viele andere auch logisch und ihr zweites Lied war aber halt Inferno mit Suburban und von Suburban ist halt auch das Lied ja wusste ich gar nicht dass er auch für No Copyright Sound released oder vielleicht ist es einfach ein Remix von No Copyright Sound aber trotzdem braucht er ja die Lizenzen dafür von Suburban soweit ich weiß also wie die hinbekommen haben dass das Lied No Copyright hat gute Frage ähm genau gut wir legen jetzt mal los hier auf jeden Fall wie sagt Suburban ist der Dude von dem das Lied ist so ähm dann fahren wir auch mal unser Gips so wir sind gerade genau wir haben gerade diesen Abschlechter gemacht dann machen wir auch direkt mal ein bisschen Musik an und zwar am besten wo wir gerade drüber gesprochen haben so let's go fahr doch mal stellst dich hier an bei der wei bringt Bella Perch ähm am 15.07 ihr nächstes Lied raus ihr drittes grad mal ich weiß gar nicht warum die Dame nur so wenig Musik macht weil ich sag mal so die Lieder die sie bisher gemacht hat sind extrem cool also sowohl Build a Bitch wobei Steyr auch am Anfang ein bisschen allein wegen dem Titel äh zurückhaltend war aber das Lied an sich ist relativ geil der Videoclip dazu sowieso ähm und ja der Inferno ist sowieso krass und ja ihr nächstes Lied kommt am 15.07 raus jetzt 15. Juli ähm und das heißt Dolls also hier Püppchen also diese Spielpuppen Dolls äh ja da bin ich mal gespannt wie das denn wird leider wieder ohne Suburban weil ich finde Bella Perch und Suburban haben bei dem Lied Inferno echt klasse abgeliefert also das ist echt ein krasses Lied naja ich höre auch solche Musik ja nicht nicht nur Vocaloid und wenn natürlich Vocaloid immer noch besser ist keine Frage ja aber so aus der westlichen Musikwelt bediene ich mich dann doch auch ab und an ja ja und Bella Perch kennt halt eigentlich jeder wobei halt damals ultra viral gegangen ist hat auch eine sehr krasse Vorgeschichte die Dame also die ist wirklich von weniger als im Tellerwäscher zum Millionär weil da wo die herkamen oder doch wo sie herkamen wo sie herkommt ich meine ist war Vergangenheit aber sie lebt ja noch da wo sie herkommt er glaubt man da hätte niemand damit gerechnet dass sie das geworden ist was sie geworden ist ein Mensch Spaß äh ne inhalten willst da naja ja deswegen normalerweise lassen mich ja so Promi Geschichten eigentlich immer super kalt weil letztendlich werden die meisten eh mit dem goldenen Löffel im Mund geboren ja das heißt dass sie berühmt werden dazu fehlt nicht viel und die meisten werden sogar ohne ich sag jetzt mal das was sie produzieren ist jetzt in meinen Augen nicht unbedingt eine Rechtfertigung dafür berühmt zu werden um es mal so auszudrücken na ähm aber bei Bella Perch ich glaub sie hat den Hype verdient erstens wie gesagt ist ihre Musik einfach klasse zweitens was macht der Vollidiot hier und drittens ist sie halt wirklich aus dem Nichts gekommen und mit nichts meine ich jetzt nicht das was wir hier als Gosse oder so bezeichnen sondern aus dem noch mehr nichts wie gesagt wem das interessiert der kann gerne mal ihre Hintergrundstory da checken ist geil so genug über westliche Musik gelästert jetzt kümmern wir uns mal wieder lieber um Vocaloid 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 Prise Tatsune Miku Prise Tatsune Miku warum fährt er da so langsam liegt es jetzt zum Glück frei und wir müssen bald pennen gehen so dann müssen wir hart nach links so dann müssen wir hart nach links w 없어요 aber w erstes genau so und so jetzt auf wir haben neue Nachbarn Hallo, ich bin der Der andere The fuck Ne, ich glaube Von da kommen wir nicht mehr weg Der Hänger, der ist fest Ähm Ja, sehr interessant Ja klar, weißt du Wenn du irgendwo so ein bisschen Gegenduzt, hast du sofort 2% Aufliegerschaden Aber wenn du hier so Karate Machst Fracht einfach 0% Das ist wieder diese typische SCS Logik hier Gut, dann lassen wir uns mal Wo geht denn das? Nein Da Abholen 43 Dollar, wo ist der Nächste? Der muss hier ganz in der Nähe sein Ah ja, direkt da vorne Ah lol Ja gut, das ist ja Ist ja geil Ähm Eine Stunde dauert das Eine Stunde für die Na gut, okay Die müssen uns ja erstmal auf den Dreck ziehen Da können wir mit einer Stunde Bei dem Chaos, den wir dahinter lassen haben Du kannst froh sein So Mittlerweile sind wir jetzt mal ganz müde Wir müssen also Ich höre jetzt mal schlafen gehen Können wir hier direkt schlafen Garantiert Ja, da vorne Äh, da kommen wir wie hin Achso, ich muss jetzt mal reparieren Wartung Da kann man hier mal schon Alkabier reparieren So Also wir müssten nicht, aber War halt naheliegend gleich Okay, das liegt Tanken wir auch gleich da vorne Krass, Alter Ist ja hier Multifunktionssystem So Wo können wir denn hier pennen Also laut Laut dem Bild Pennen wir direkt im Zaun Also ich schätze mal hier ist die Fläche Oder wir können hier und da pennen Weil da sind ja auch so ne Aufliegedinger da Aber ich glaube mal da kommen wir besser hin, oder? Können wir da hinten rum? Ja Dann kommen wir nämlich so besser lang Auf jeden Fall Ähm Wo kommt dieses Dieser Pfosten hier her? So Dann machen wir hier mal eine schöne Runde Einmal um das Gebäude Das Motorrad Leider fahren hier immer kommen Motorräder Die sieht man so auf den normalen Straßen immer gar nicht Oh, das ist auch ein geiler Auflieger Aber wir sind hier ab und zu rum So Na komm Lass mich schlafen Ähm, hallo Jetzt zeigt mir, dass ich doch nicht schlafen kann Geht doch So, jetzt sind wir natürlich mitte in der Nacht Danke dafür Und wir waren schon wieder die ganze Zeit mit Licht unterwegs Man kennt es mittlerweile gar nicht mehr anders So, der Tank war da vorne gleich mal Äh, hier fehlt das Dach, oder? Ah ne, ist aber unbedacht Das ist aber ein bisschen unbedacht Hä? So, dann haben wir wieder alles hier topfit Wir sind topfit Ähm, unsere Tanke topfit Und der Game ist auch topfit Ah, passt doch So, haben wir wieder direkt 5000 Dollar verdient Also nicht wir, aber Unser Mitarbeiter Ähm, man erkennt hier leider gar nichts Das ist eine Ausfahrt So sieht's so aus, ne? Bitte soll ich eine Ausfahrt Ja, das ist eine Ausfahrt So, na dann Geht's weiter Als wäre nichts geschehen So, wir brauchen noch 21 Stunden Und wir haben noch 39 Also Naja, weniger als 20 Stunden Reserve Scheiße Ihr müsst uns also Zeug legen Was, wie man ja gesehen hat Super sinnvoll ist Mit so einem Auflieger Kann gar nichts passieren Ich bin Hier haben wir gesehen Und jetzt Ich werde mit einem Musik 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 Serge Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Get ready to turn left Turn left Throw your sticks and your stones Go break all of my bones You will make my soul Get to me There is no fabric here That I can tear away Shoot me down the fire away But I'm a heavyweight So There comes a car But it was just the city Or That's the house line What the problem is Yeah And especially normalerweise Wenn du so gerade Strecken fährst Und dann deinen Deinen Weitscheinwerfer Anschmeißt Dann geht es ja Einigermaßen für andere Autos Weil die sind zwar hell Sind aber nach oben hin Gekappt Das heißt Die leuchten gar nicht so weit nach oben Dass die andere blenden könnten Wenn du so als niedriges Gefährt unterwegs bist Also wenn du einen relativ niedrigen Sichtpunkt hast In der Sportwagen zum Beispiel Dann vielleicht Okay Aber so hast du eher selten Probleme Das Problem ist aber In so einem Gebirge Da sieht es halt ganz anders aus Und da kommst du teilweise mit einem relativ Also da kommst du halt aufs Gefälle rüber Der andere kommt aufs Gefälle rüber Und damit scheint quasi dein Licht Über den anderen drüber Und ja Das ist dann Dann wird er dann voll geblendet Gerade wenn du auf so einem Gebiet bist Wo es ein bisschen hockliger ist Wo es also ab und zu ein bisschen auf Und wieder bei Bissmark abgeht Und dann das Auto Halt Dich mal blendet Und mal nicht blendet Und dann immer so wechselt Da bist du komplett gefickt Und das ist ja nicht so geil Deswegen sobald du siehst Dass irgendwo aus der fernen Auto kommt Am besten die scheiß Dinger einfach ausschalten Und dann passt das schon Dich mal morgens Dich malas Dimitris Dich Dich malas Ich frage mich echt, was man von so einer Szenerie auf YouTube denn noch erkennen kann. Ich meine, ich persönlich nehme eine sehr hohe Qualität auf und lade die auch in Original-Qualität hoch, aber ich habe halt absolut keine Power darüber, was YouTube daraus macht. Weil so sieht es halt schon geil aus. Ich glaube, ich musste die Folge dann bald beenden. Meine Kopfhörer meckert schon wieder mit Batterie, ja. Aber da die Folge eh bald zu Ende ist, zeitmäßig. Ah, wird schon wieder hell, ne? Ich fahre bei der Wega zu schnell hier. Warum eigentlich? Ei, 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 ei. Wir sind aber immer noch auf dem alten Streckenabflug, den wir bereits kennen, ne? Ist ja noch kein neues Gebiet, oder? Ja, genau. Wir sind immer noch auf dem alten Gebiet. Kann sein, die ganzen Stellen kommen ja hier alle schon bekannt vor. Ähm. Ach, nö. Warum Alpha Wand? Ich hätte es locker geschafft, wenn ich die Alpha Wand hier gerade gewesen wäre. Blöde Alpha Wände. Blöde Alpha Wände. Blöde Alpha Wände. Also mittlerweile haben wir echt Aufschlägerschaden, die haben schon viel. Aber die Fracht ist immer noch komplett heile. Ja, easy. So kennt man's. Gut, ich werde da auf der Ladestation gleich mal die Pause machen. Sorry, aber... Meine Kopfhörer mögen mich nicht. Bevor wir wieder anfangen, ins Ohr zu blöken. Ey, nehm dich als Kopfhörer ab, du Oneson! Erstmal Sprechern hier. Oh, ein Volvo. Auch wenn die amerikanischen Volvo Trucks hässlich aussehen, wie die Nacht. Ist ja auch gerade Nacht. Wahrscheinlich deswegen. Weiß man nicht. Äh, jo. Gut. Dann soll's mit der Folge erstmal gewesen sein. Ähm. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder mit frische, neue, geladene Kopfhörer. Äh. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.